Wie können wir Ihnen Napalm im Einsatz und wie können wir Ihnen Napalm Verletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalm Verletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Napalm Verletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie Napalm wirkt. Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze. Ja, Sir? GS 2 ans 3 ôle 4 4 1 0 Ich bin kein Vergnügen. Ich bin kein Vergnügen. Ich bin ein Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020